In unseren Gesprächen merken wir, der Redebedarf ist da, sich auszutauschen über die aktuellen Trends, Inspirationen zu suchen und zu finden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir nach zwei Jahren unheimlich wieder an unseren Beziehungen arbeiten wollen. Wir haben uns vielleicht digital gesehen, telefoniert, gehört, aber es ist doch etwas ganz anderes, von Angesicht zu Angesicht, sich miteinander zu unterhalten und mal wieder in den persönlichen Austausch zu gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier auf der Messe ganz besonders gut können und wir freuen uns, wenn weiterhin die Messen so gut besucht werden wie jetzt bei der Inhorgenta. Und ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.